Widmen wir uns jetzt einmal dem Thema, wie man HR-Dokumente digital und rechtssicher zustellen kann. Und da habe ich nochmal ein anschauliches Beispiel mitgebracht, wie sich zum Beispiel die Lohnabrechnung eigentlich entwickelt hat. Hier sieht man, das werden die wenigsten noch kennen, das ist die typische Lohntüte, wie sie man früher bekommen hat. Es war ein Stück Papier, da steht drauf, was man verdient hat. Da war das Geld entsprechend in bar mit dabei und es wurde dann den Mitarbeitenden übergeben. In der nächsten Stufe ist es eigentlich so gewesen, dass natürlich das Geld mittlerweile digital per Bank überwiesen worden ist. Was aber geblieben ist, ist, dass zum Beispiel der Lohnschein weiterhin in Papierform erstellt worden ist, per Post zur Verfügung gestellt ist. Und da ist es jetzt eigentlich so, wenn wir uns die nächste Stufe betrachten, das Geld geht weiterhin digital raus und natürlich auch der Lohnschein geht mittlerweile in digitaler Form raus an die Mitarbeitenden. Denn das ist eigentlich so der klassische Weg von den analogen Dokumenten zum Digital. Und hier möchten wir Sie konkret unterstützen, dass natürlich diese Aufwände reduziert werden. Dass Sie nicht mehr jeden Monat vielleicht ein oder sogar zweimal stattfinden müssen, sondern Sie hier natürlich eine Arbeitsersparnis haben. Wie wir das machen, zeigt eigentlich die nächste Folie sehr gut. Hier ist es nämlich so, dass da die Developer-Postbox einmal die Funktionsweise dargestellt ist. Auf der linken Seite sind Sie als Unternehmen. Sie haben natürlich einen gewissen Dokumenten-Output, den Sie erzeugen für den Mitarbeitenden. Das ist zum Beispiel eine Entgeltabrechnung. Das ist eine SV-Meldung, eine Lohnsteuerbescheinigung. Also so die klassischen Dokumente. Das kann zum Beispiel auch eine ZVK sein. Darüber hinaus haben Sie vielleicht noch weitere Dokumente, die Sie versenden möchten. Einen allgemeinen Beileger, der mit rein soll. Es kann aber natürlich auch sein, dass Sie die Zeiterfassung haben, die Sie mit anbinden möchten. Weil auch da der Mitarbeiter natürlich heute noch nicht digital vielleicht darauf zugreifen kann. Oder allgemeine schreiben. Jetzt ist es so, Sie haben die Dokumente erstellt. Sie übermitteln uns die Dokumente. Wir prüfen diese Dokumente oder teilen diesen großen Druckstrom auf, wie er in der Praxis häufig an uns herangetragen ist. Wir teilen das auf. Unser System prüft automatisch, welcher Mitarbeitende möchte das digital haben, welcher möchte das vielleicht noch nicht digital haben. Die digitalen Dokumente stellen wir zu in der Develop-Postbox. Und der Mitarbeitende wird dann aktiv benachrichtigt. Wenn ein neues Dokument von Ihnen eingegangen ist, kann dann darauf zugreifen. Entweder über einen Browser, kann aber natürlich auch die iOS oder Android-Apps nutzen. Das Schöne für Sie als Unternehmen ist, Sie haben hier eine rechtliche Zustellung vorgenommen. Analog des Postversandes gilt das Dokument als zugestellt. Was vielleicht hier auch nochmal besonders hervorzuheben ist, der Mitarbeiter bekommt seine individuelle Postbox. Mit dieser individuellen Postbox, das ist seine Postbox, seine Dokumente gehen hier rein. Auch hier wieder der analoge Vergleich in der Welt. Das ist der persönliche Briefkasten. Wie würde sich denn der Prozess bei Ihnen verändern, wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie möchten jetzt diese Dokumente auch digital zur Verfügung stellen? Dann sehen wir hier natürlich eine starke Prozessveränderung. Sie würden natürlich weiterhin die Dokumente bei sich erstellen. Sie würden die übergeben, die Dokumente. Mit der Übergabe würde es digital zugestellt werden. Das Schöne ist, der Mitarbeitende mit seiner Develop-Postbox bekommt seine Dokumente strukturiert zur Verfügung gestellt. Braucht nichts mehr wegsortieren. Da gibt es dann unterschiedliche Ordner. Zum Beispiel ein Ordner für die Entgeltabrechnung, für die Sozialversicherungsmeldung, für die Lohnsteuerbescheinigung. So, dass er auch da, wenn er ein bestimmtes Dokument sucht, schnell und einfach darauf zugreifen kann. Hier ist es jetzt natürlich wichtig, Schnittstellen. Das Thema Schnittstellen, das findet man halt immer wieder. Und da habe ich mir jetzt einfach mal erlaubt zu zeigen, dass wir halt mit unserer Lösung, die wir geschaffen haben, mit einem sogenannten virtuellen Drucker, diese Systeme anbinden können. Zusätzlich haben Sie natürlich die Möglichkeit, auch weitere Dokumente für den Mitarbeitenden darüber zu versenden. Das kann zum Beispiel ein Serienbrief sein, der in Word gestellt wird. Auch den können Sie mit dem virtuellen Drucker übermitteln an Ihre Mitarbeitenden. Oder zum Beispiel auch die Zeiterfassung, wie ich es schon erwähnt habe. Im Detail sieht es dann eigentlich folgendermaßen aus. Die Dokumente werden erstellt. Hier haben Sie jetzt einmal die Einbindung in das SAP-System, das dargestellt ist, mit dem virtuellen Drucker. Hier würden Sie sonst einen physikalischen Drucker auswählen. Das tun Sie dann zukünftig nicht mehr, sondern steuern den digitalen Drucker aus. Und mit dem Druckabsenden werden die Daten übermittelt an uns, um dann entsprechend von Ihnen weiter zu verarbeiten. Und hier ist es jetzt natürlich nochmal wichtig, es sind hochsensible Daten, worüber wir hier sprechen. Das ist, glaube ich, das höchste Gut, was ein Unternehmen hat. Die Daten der Mitarbeitenden, die Lohn- und Gehaltsdaten. Und hier ist es dann natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Sicherheit natürlich auch großgeschrieben wird. Es ist ein deutscher Service der Develop AG. Wichtig für Sie natürlich auch, die Dokumente werden ausschließlich in Deutschland gespeichert. Das Rechenzentrum ist georedundal aufgestellt. Das bedeutet, es gibt nicht nur ein Rechenzentrum, wo die Daten liegen, sondern es sind insgesamt zwei Rechenzentren, wo die Daten entsprechend abgespeichert werden. Um natürlich auch die Verfügbarkeit für den Mitarbeiter zu gewährleisten. Das heißt, wenn der Mitarbeiter sagt, ich bin aktuell in den USA, ich möchte mitten in der Nacht nach deutscher Zeit darauf zugreifen, dann kann er das natürlich. Das muss natürlich auch gewährleistet sein. Wichtig ist halt, das Rechenzentrum hat eine ISO 27001-Zertifizierung. Das ist so der Standard, alles im Bereich der Speicherung des Cloud-Service und und und. Und das ist natürlich eine Funktion, die gegeben sein muss. Zusätzlich ist es so, das haben wir gerade gesehen, jedes Dokument ist grundsätzlich verschlüsselt, was übertragen wird. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Er kann natürlich jetzt auch kein Unberechtigter darauf zugreifen, kann natürlich auch keine Einsicht nehmen. Und zusätzlich darüber hinaus hatten wir auch gesehen, der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, einen zweiten Schlüssel zu wählen, sofern er das möchte, um dann natürlich nochmal seine Dokumente zu verschlüsseln. Darüber hinaus ist es also, der Zugriff für den Mitarbeitenden erfolgt immer über die verschlüsselte Verbindung, das sogenannte SSL. Auch hier ist es wichtig, wir schauen uns den Mitarbeitenden an, die können wir ihm unterstützen. Und da ist das natürlich ganz wichtig, dass auch er da natürlich vertrauensvoll darauf zugreifen kann. Daher auch das SSL. Und zusätzlich, das hatte ich gerade auch schon mal im Live-Tile kurz erwähnt, die Zwei-Faktor-Identifizierung. Ich kann sie anschalten, wenn ich das möchte, um nochmal mein Konto im Vorfeld zu schützen. Wenn ich dann das natürlich aktiviert habe mit der doppelten Verschlüsselung, dann wird es schwer mir vorzustellen, dass da noch jemand reinkommt.